Hallo Pflanzenfreunde! Update zur Albizia julibrisin. Nach dem Rückschlag, bei dem im Februar der gesamte Erstaustrieb erfroren ist, haben sich beide Pflanzen erholt. Im Laufe des Jahres sind sie immerhin etwa 60 bzw. 70 cm gewachsen. Gegen Abend klappt die Pflanze ihre feinen Fiederblätter komplett zusammen. Daher auch der deutsche Trivialname Schlafbaum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik